Herzlich Willkommen liebe Zuschauer zum DAX-Check. Magische 15.000 Punkte mal getitelt die HSBC die letzten Tage und das kann uns möglicherweise auch heute wieder beschäftigen, nachdem wir ja gestern zeitweise bei knapp 15.200 Punkten standen, indem wir uns deutlich eben von dieser wichtigen Unterstützung entfanden. Heute Morgen, wir sehen es, der DAX bei 15.090, ich habe ihn vor kurzem sogar bei 15.070 schon gesehen, also 100 bis 120 Punkte unter dem Vortag, das sehen wir schon, minus 160 Punkte auf 15.037. Das heißt Alarmstufe Gelb, würde ich mal sagen beim DAX, weil wenn wir uns die Charttechnik mal anschauen, sind wir wieder an dieser wichtigen Kreuzunterstützung aus 200-Tage-Linie und der unter 15.000 Punkte Marke, die eben als Unterstützung dienen und ich hatte mich ja in den letzten Tagen schon dazu geäußert, wenn wir unter diese Marke fallen sollten. Zunächst mal hier das Tief bei 14.800, okay die längerfristigen Chart werden wir jetzt nicht dabei haben, aber dann beschäftigen uns eher Kurse um 14.500 und nicht mehr von 15.500. Wichtig also für den heutigen Handelstag und auch die nächsten, bewahren wir hier diese Unterstützung oder nicht? Das ist die große Frage, die sich eben eben stellt positiv, relativ wenig im Moment zu sagen, außer dass Aktien eigentlich immer noch keine Alternative haben. Viele Hightechs stark zurückgekommen sind, vielleicht da wieder Geld reinverliest und damit das Sentiment insgesamt verbessert. Aber wenn ich mir heute Morgen den Auftragseingang im verarbeitenden Gewerbe anschaue, der im Vergleich zum Vormonat um 7,7 Prozent gefallen ist in Deutschland, das sind natürlich Daten, die viele Investoren schon verunsichern dürften und deswegen muss man hier wirklich vorsichtig sein und ich würde mir trotzdem mal so langsam auf meiner Lieblingsseite mal ein Short-Produkt vielleicht heraussuchen, falls wir die 15.000 Punkte Marke nicht verteidigen können. Das gleiche werden auch wir tun und eben hier diesen Bereich ja im Auge behalten. Vorerst bleiben wir noch nicht in oder bleiben wir an der Seitenlinie stehen, warten ab, aber natürlich muss man da sein Hauptaugenmerk drauf richten. Das war's. Ich wünsche Ihnen nichtsdestotrotz gute Kurse, bis morgen. Tschüss.